Die Allianz Arena, das Stadion des FC Bayern München. Kurz vor der Weltmeisterschaft kommen die meisten Bayern-Spieler hier in Stimmung für den Saisonhöhepunkt. Zum Beispiel Arjen Robben. Das einzig Ärgerliche an der Weltmeisterschaft, die Niederlande bekommen es gleich im ersten Spiel mit dem amtierenden Weltmeister Spanien zu tun. Spanien gegen die Niederlande, das sollte eigentlich das Duell zweier guter Kumpels werden. Der neue Shootingstar Thiago Alcantara gegen den internationalen Superstar Arjen Robben. Der Spanier hat sich leider kurz vor der WM am Knie verletzt und wird nicht fit für den Auftritt auf der großen Bühne. Für ein Duell im Tischfußball ist Thiago aber fit genug. Es ist natürlich eine Wiederholung vom letzten WM-Finale und das ist sofort das erste Spiel. Das wird ein ganz schwieriges Spiel und es ist natürlich wichtig, weil man muss natürlich gut im Turnier reinkommen und das erste Spiel, ja, eigentlich musst du die gewinnen. Ein schwerer Brocken für die Holländer. Schließlich hat die goldene Generation der Spanier alle großen Turniere seit 2008 gewonnen. Thiago Alcantara repräsentiert die neue Generation. Er wird die WM verpassen und stattdessen an seinem Comeback arbeiten. Die spanische Mannschaft hat 2010 eine überragende Weltmeisterschaft gespielt. Wir wollen unbedingt wieder diesen Pokal holen. Aber das wird schwierig und die Jungs müssen kämpfen. Arjen Robben hätte das Finale 2010 zugunsten der Niederlande entscheiden können. Er scheiterte an Ika Casillas und träumt seitdem weiter vom großen Sieg. Ja, ich freue mich sehr. Es ist schon meine dritte WM und es ist schon etwas Besonderes. Ich meine schon für dein Land zu spielen, das bleibt immer eine große Ehre. Aber ja, das wird noch viel stärker, das Gefühl auf eine WM, weil das ganze Land zittert mit. Beim Tischfußball ist Arjen Robben genauso ehrgeizig wie auf dem Rasen. Bei der WM bekommt es sein Team in der Gruppenphase neben Spanien noch mit Chile und Australien zu tun. Der Los ist natürlich nicht einfach. Erstens haben wir eine sehr schwierige Gruppe und wenn du nicht Erste in der Gruppe, aber Zweite und du gehst weiter, dann kriegst du wahrscheinlich Brasilien. Die niederländische Elftal gehört nicht zu den Favoriten. Aber Robben sieht zumindest Außenseiterchancen für sein Team. Wir fahren nicht dahin, um ein bisschen einfach zu spielen, die Atmosphäre zu genießen und dann wieder nach Hause zu gehen. Wir wollen schon etwas erreichen und dafür werden wir alles reinlegen. Spanien hat die Generalprobe gewonnen, aber Arjen Robben ist jetzt noch motivierter. Sein Ziel? Die Revanche auf dem Rasen von Salvador.